Ach man, später auch später gekommen ist halt so nicht schlimm. Wo laufen wir denn jetzt hier drin? Ah, ich glaube, er hat da vielleicht einen Flashbacks irgendwie. Wenn jetzt hier lauter Spinnen drin sind, ist das so groß. Was ist das? Was ist das, was er nicht kann? Das ist das, was jemand weiß. Das ist das, was wir rauskriegen. Das ist das, was wir rauskriegen. Das ist das, was wir rauskriegen. Wunderschw. Wunderschw? Wunderschw. Wunderschw, wie sie was hinterlassen. Sie haben ihre Säulen hinterlassen. Nicht verloren, Sälo. Es ist noch nie. schon habe ich jetzt die rahmen aufgescheuchte kam vorbeigeschleifen müssen schön im handstyle wie so man hat schöner sonnenschein hier unten kommt nichts mehr davon an nichts nur noch nebel grusel ekelhafte scheiße und müssen wir wieder fokussieren so ein hinterhalt hier oder wie okay ist eine schöne knochenkette da oben wunderbar im schlimmsten falle ist jetzt irgendetwas schlimmere so laufen jetzt wir laufen im kreis wir laufen jetzt hier im kreis versoldet das ist ja nicht schwer weil man ist tatsächlich sehr nachvollziehbar im kreis gelaufen äh wo sind denn alle hin okay nicht gut okay jetzt kommen wir mal hier vorne hoch glaube ich nein aber jetzt können wir hier lang okay alles klar jetzt hat sich der weg hier neu geöffnet wahnsinnig wahnsinnig gut gemacht das spiel es hat seine schwächen aber es hat sowas wie jetzt das sind die absoluten stärken dieses spiels da ist ein abgrund hier komme ich nicht rüber aber mir liegt der stift muss ich sagen also das ist schon heftig äh okay Das sind unsere Sprache auf der Bühne zu hören, und werden sie verraten, um die Welt zu verraten. Du wirst dich verraten? Und die Schäden? Du wißt du, was das ist. Du wißt du. Ich denke, ich sehe sie in den Bühnen, aber wenn ich wiedersehen, ist nichts da drin. Du kannst mir helfen. Unsere Angst. Das macht mir sehen, was nicht da drin. Niemand wird dich verraten. Du wirst dich nicht verraten. Das ist es. Ich kann es kämpfen, was ich sehe. Ja. Ja. Das sind Dinge, die blöden, wenn sie mit einem Schäden sind. Ich bin hier verloren. Ich weiß, wie du fühlst. Wir wissen. Wir wissen. Wir müssen weitergehen. Wir verstehen. Ich werde dich durchführen. Sie kann sie helfen? Ja. Du kannst sie helfen. Ja. Du kannst sie weg. Du kannst sie weg. Okay. Gut. Schauen wir mal, ob wir irgendwo eine Art Brücke oder Übergang finden. Scheiße. Das ist auch nur ein Schäden gerade wieder. Geil. Man, das kann aber auch nicht so schwer sein, jetzt hier irgendwie über diesen 2 Meter Abgrund mal rüber zu hüpfen. Hier noch Anlauf. So, nach vorne haben wir wieder ein Schäden. Wahrscheinlich ist das Fagrim. Sie sehen? Snapchat. Herr whatever es. Wasser gibt es nicht so offen. Ist es s gatherings weirseb. Es، Fagrim. Sie sehen mal weg. Fagrim. Generous? Sener, ist das dich? 落bt. Es verändert. Es different. Es verändert mich. Ja. Vor meiner Augen. Beside meine Goberelungs- Beside meine Gnomons- Er ist selberster. Na Schau espy�an. Nicht inthy Fail. Er kann nicht hier bleiben. Ich versuche zu haben, die Hoffnung zu haben. Du brauchst mehr als Hoffnung. Um sie zu fallen zu lassen. Aber es ist etwas Schmerz in diesem Ort. Er sieht es. Er hat ihn durch. Rotten und Tainted. Er hat seine Schmerz. Du bist Fargrimmar. Schmerzhaft. Er kann seine Weg finden. Er kann die Licht in alles. Er sieht die Licht in dich. Er sieht es. Und es wird schmerzhaft. Ich kann nicht sehen. Ich bin hier. Ich bin hier. Ich werde dich finden. Ich werde dich finden. Er ist schmerzhaft. Du musst ihn ausführen. Er ist nicht genug genug. Er weiß immer, was zu tun. Und jetzt ist er für immer. In diesem Ort. In diesem Ort. Okay, gut. Wir müssen jetzt bloß noch Tor, Gaste mit... ...einsammeln. Und irgendwie das Wald in da erreichen. Kann er jetzt nicht so schmerzhaft sein? Und das... Astrid. 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 So, so ein bisschen Sonne ist doch auch schon ganz schön. Los Astrid. Bleib nicht stehen. Komm mit. Lass uns gehen. Lass uns gehen. Auf gehts. So, ist schon nicht mehr herzustellen. Und find deinen Weg gegen Zenoa. Wer ist da? Da ist er. Es ist mir. Komm her. Zenoa? Er ist sicher. So. Wo ist jetzt der Björk? Da vorne? Augusta. Er ist anders. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Er hat sich verändert. Er hat sich wieder schmerzt. Er hat sich gelacht. Er hat sich angeschaut. So, dann haben wir ja drei eingesammelt. Lass den mal rausgehen. Ja, da oben, da wo die Sonne scheint, lass uns da hingehen. Sieht gut aus. Tatsächlich muss ich mal sagen, dass der Björk eine krassere Charakterwandlung durchlebt hat diesmal als bis jetzt Senuja. Also bis jetzt wirkt es immer noch so ein bisschen so, als wenn Senuja tatsächlich noch so über allem steht. Klar, sie hat ab und zu so ein bisschen ihre Zweifel. Ganz vorsichtig irgendwie und natürlich die, ja wie sagt man denn, schwierig sich auf seine eigene Worte zu fokussieren, wenn jemand anders spricht. Ähm, sie hat ja halt noch quasi die geistige Störung irgendwie, wenn es mal vorsichtig so ausdrücken darf, irgendwie. Aber man hat jetzt nicht, finde ich, wie im ersten Teil so das Gefühl, dass sie wirklich auch eine innerliche Reise macht. Klar, ihre Ziele sind absolut redlich, aber wie gesagt, ich finde, der Torgaster hat eine krassere Charaktereintwicklung gemacht. So und wir haben jetzt das Dorf der Sklavenhändler erreicht. Erreicht. Das Dorf der Sklavenhändler All the signs she followed have led her here, finally so close to the heart of darkness. The root of the fetid flower whose stench she tracked across the sea. A fortress she must break, not with sword and spear, but open eyes and strength of will. Okay, und wir werden jetzt quasi die Torgaster's Vater töten, ja? Das ist jetzt unsere Mission, oder wie? Damit... Oh, fuck. Oh, so ist so unnütz. Die leben noch. Wie können sie das? Wie können sie das? Die Sufferung. Schau. Sie sind für die Giants. Monsters. Wie können sie das? Was ist das? Das ist... wo wir die Offerungen sacrificed. Monsters. Menschen. Menschen. Es ist wo du sie schrauben. Menschen. Es ist wo du sie schrauben und sie schrauben sie sterben. Wir müssen sie schrauben. Wir müssen sie schrauben. Wir gehen in. Ich sage meinen Vater und er wird sie schrauben. Die Licht ist schnell zu verbrechen. Du kannst sie nicht einfach weg. Du kannst sie schrauben. Du kannst sie schrauben. Osterdru. Fagrama. Kannst du sie schrauben sie schrauben? So viel zu schrauben. Der ist in der Erde. Die Arche kennen Sie. Sie sind ein Ostreder. Und ich mag dich nicht. Ich will nichts beginnen, bevor ich mit meinem Vater gesprochen habe. Du wirst noch nicht wissen. Okay. Nur ich und Fokustin. Sag ihm. Die werden ihnen helfen. Die Menschen und sie sicher halten. Wir werden. Ja. Wir werden zurück. Aber warte. Bis wir da sind. So. Jetzt müssen wir natürlich drauf achten. Ich meine, er kann jetzt immer noch die ganze Zeit ein falsches Spiel mit uns gespielt haben. Und uns jetzt im Rücken fallen. Schau. Schau was ihr Vater getan hat. Sie sind nicht ihre Vater. Sie ist anders. Wir sind anders. Er ist anders auch. Also ich träum nicht. Das ist ein Ort, wo sie so schwer zu finden. Was ist passiert mit ihm. Was ist nicht richtig. Er ist Angst. Du bist Angst. Ich sollte nicht zurückkommen. Ich würde dich hier in Schen. Aber alles gut. Er wird vergessen, wenn er das gehört, was wir sagen. Aber hat er verändert? Hm. Ich tue mich tatsächlich schwer, dich zu vertrauen, mein Freund. Das ist ein Ort. Norgaster. Ist er stark genug? Gods. Ich dachte, du bist tot. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich sehe dich tot. Ich bin 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 tot. Quasi, die da vorne eigentlich. Sieht mau aus, Alter. Was sind denn bei denen alle? Gibt's nicht mehr? Alle drohen? Leichter für mich? Oh, schöne Truppen. Rollt, Zilma. Chorgester. My boy, you've returned. The goodie. It makes my skin crawl. This isn't going to work. When we did not hear from you, I fear the worst. He does not care for his son. How was your raid? Where are the slaves you brought? Dead. All the lost ones dead. We hit a storm coming into land. I'm sorry. Don't apologize. Aber Vater, wir finden etwas mehr wichtiges. Mal schauen, ob dieser Mann kann hören. Ich wundere ihn. etwas wichtiges, du sagst. Souvenir von Travus. Of course, ein Souvenir. Vater, hören Sie. Die Giants. Sie können gebeten. Ich kann gebeten, wir können gebeten. Diese Frau Senua, sie weiß wie. Sie werden nicht glauben. Ich kann nicht glauben. Sie können den Gebeten. Sie sehen, in den Augen. Sie zeigen, wer du bist. Ein Souvenir, der zerstörte die Giants. Warum? Warum? Die Giants können nicht mehr getötet werden. Es gibt mehr als diegte. Es gibt ihn. Ich habe ihn mit meinen Augen gesehen gesehen. Ich habe zwei Giants gebeten. Er hat nicht glauben. Ich kann sie töten. Dann kann ich Sie. Wir können Sie töten. Das ist verzüge, Thorgester. Und gefährlich zu Gottgau. Du solltest ihn töten. Du kannst nicht die Giants verletzen. Ich alleine weiß, wie sie zu behalten. Scheiße, weißt du. Du musst. Du musst. Du musst. Du bist ein Simpleton. Er braucht die Giants, um ihm die Kraft zu geben. Er braucht die Giants, um die Menschen zu kontrollieren. Thorgester. Er braucht, um ihn zu verstehen. Er braucht, um ihn zu verstehen. Das Mira gemacht, um ihn zu verstehen. Tak wie ihn m配 wolves. Ich weiß ihn. Du kannst ihn sehen. Er wird nur. Ich muss Msilk hören. Das ist seine kindly. Er ist das meine Waffe für ihn. Das ist das Schwul dran. Er ist w南. Er bin schwer, ihn zu ég. Er möchte swords. Er hat nur macht, er pf saltieren. Er hat sich gemerkt als den Ort. Er hat die Vater MORE lieben Beside me tonight as the giant takes his tribute see how indomitable how terrifying it will be no tribute See how there is no chance in hell you could defeat it. We have defeated them and see how I Turn it aside How I control it through my sacrifice How it leaves us in peace peace for who you will kill her destroy her See how I have saved my people never have come here. There are no people waiting down there. What will happen when he finds out. It's nearly time Follow me Stop stop. Why doesn't he do something? He said he was with us. The sacrifices are gone free There's no one there. No The giant it's come Take her down to the gate Shit Okay, so wie kommen wir jetzt aus der Sache raus? Sie wollen uns jetzt natürlich als Opfer anketten Ochsen alter ey Die ist der Sache raus? Ich sage dir, Sie wollen uns jetzt das Amt es der Sache? Oh, ja Ok, wir kommen wir jetzt in Saha raus Sie wollen uns jetzt Sie werden uns schluck Sie werden hier Sie werden doch für uns Sie werden ja nicht Sie werden sich nicht Sie werden nicht Nein, das wird es für Sie sich selbst Ich nicht! Wir fass uns! Sie werden es für sie! Ich mag es nur in der eigenen Fenty, so cool. Die nimmt es einfach mit jedem auf. Make him pay. So, Gohne, wir warten mit dir. Der Nächste. Oh, verdammt, Axt, Alter. Wow. Ich denke, den Weg mal erstmal ausweichen. Da ist... Oh, der hat gesessen. Der hat gesessen. Oh, er hat große Art Power, aber er ist schwer fängig. Das Problem ist halt wirklich, sobald sie ausreicht, ist sie nicht schnell mit dem Angriff dran. Boah, ich war so kind. Schlecken. Tja, wird er jetzt zu uns halten? Oder wird er dich schwach in die zwei Dreie stellen? Warte. 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 End this. Senua. We need to kill the giant right here, right now, in front of the Björk. Show them the truth, just like you showed Lorgaster. They'll never learn. All they understand is death. We need to end this so we can be free. She is right. I do. Kill the Gord. And you're going to do so. What? Senua. She doesn't know. Fagram. I don't know. She can't. She doesn't know his name. Lorgaster. Come on. He needs you. Maybe it's a trick. A trick. To know you. Ähm, okay. Haben wir jetzt eine Auswahlmöglichkeit? Ich denke nicht, ne? Wir können entweder... Nee. Was wir... Nee. Oder? Können wir da... Können wir da vorne noch hin? Ich weiß jetzt gerade nicht, ob wir jetzt eine Entscheidungsmöglichkeit haben. Ob wir jetzt einfach gegen den Riesen kämpfen können, obwohl sie sie nur gesagt hat, nee, sie weiß nicht wie. Oder wir jetzt einfach mal alle Goden abschlachten. Ich würde sagen, ich werfe eine innerliche Münze. Nie noch mit deinen Goon. So. So. Ja, wir haben ja auch noch... Brauchen wir erst deinen Namen, genau. Ist der Lorgaster, der uns jetzt ruft? Das war's. 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 Das war's.